Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plusmod und das letzte mal hatten wir hier die Aluoxidlösung schon fertig gemacht die ist auch komplett automatisiert der einzige nachteil ist halt dass wir das aktuell noch nicht weiter bekommen aber da würde ich sagen fangen wir heute an ich habe schon mal geschaut also wir haben jetzt insgesamt 360 Kubik Alu lösung also Aluoxidlösung und wir brauchen also 32 Kubik pro Anlage das sind gigantisch viele wir werden es mit sechs Anlagen machen müssen wir mal schauen das Problem ist was ich da unten schon sehe Petrol Koks und sehr viel davon also das wird alles wahrscheinlich sehr 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 viel aufwendiger als ich ursprünglich gedacht hätte das Wasser werden wir einfach ich bin ehrlich verpacken Abfahrt weg in den Schredder ganz einfach habe ich da auch keine Probleme also wir brauchen auf jeden Fall sechs von denen und da würde ich direkt anfangen Moment mal wo sind sie hier lassen wir mal eine Foundation Platz immer drei vier es haut es mich gleich runter war so klar fünf ja da werden wir jetzt dann zum Ölfeld hin müssen und komplett neu das aufziehen ich bin gespannt wie wir das hinbekommen mit der diesem Carbondioxid also ich habe es ja mitbekommen dass ich das braucht das Öl das ist aber jetzt dann so extrem viel ist hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm müssen wir mal gleich gucken wie extrem das ausartet so Strom und die kann ich Gott sei Dank in der Reihe schalten also fünf Stück und der sechste so das machen wir jetzt folgendermaßen wir bräuchten eigentlich zwölf Stück glaube ich wir rechnen das gleich nochmal zusammen also gesponsert das Aluminium 1 2 jetzt gehen die Schnecken dahin so Steuerung c Steuerung v damit das mit den Schnecken gleich übernommen und beim letzten müssen wir gleich mal gucken also wir haben jetzt fünf Anlagen mit jeweils 64 Kubik das sind 320 das heißt wir brauchen noch 320 richtig 280 haben wir das heißt wir müssten den da hinten tatsächlich nur noch untertacken auf 188 kann das sein ja warum 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 ja passt gut dann haben wir jetzt die ganze Alu Lösung theoretisch weg aber guck mal Petrol Koks ach du kacke 160 mal 5 sind 800 ja 950 ich muss mir das aufschreiben mal ganz kurz also 950 sind das sind zwei Bänder fast volle dass ich das auf dem Schirm habe und dann brauche ich dieses Carbondioxid 5 mal 80 sind 400 475 das ist ähm das sind auch zwei ne das sind eine Pipeline gut dann hätten wir das also ich würde sagen die Alu Lösung die ziehen wir dann einfach vorbei das fusionieren wir das passt schon wir gehen jetzt mal zum Öl und zwar zu dem hier das ist jetzt gar nicht so wild weil hier irgendwo ist diese Strom Trasse da nehme ich mir einfach von hier das ganze Zeug weg also der Stromkabel und Netzwerkkabel okay ich will jetzt bloß mal noch kurz ein paar Sachen wir brauchen ich denke mal zwei Ölpumpen bereichen definitiv ein paar Schnecken noch da habe ich nicht mehr viele Kabel okay ja das könnte jetzt alles eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit werden so wo ist denn jetzt eigentlich meine Schneckenproduktion ach da oben meine Energiefragmente Produktion eigentlich ja die gehen uns nicht mehr aus ich nehme jetzt ein paar Basics mit und dann stellen wir dort auf jeden Fall einen Teleporter auf ich werde eh hin und her müssen das wird nichts helfen so schrauben dann auf jeden Fall ein bisschen von den Leimdust ein paar Förderbänder und dann geht es da hin Schrauben kann man auch immer mal brauchen bitte nicht schon wieder ein Problem hat funktioniert perfekt gut gut und dann fliegen wir da fix hin bin sehr gespannt sollte erstmal reichen so kenne ich ja schon alles auswendig bin ich ja schon hunderttausmal geflogen die Strecke hier aber an dem Feld unten war ich noch nie ich würde gerne trotzdem erstmal die Stromkabel nachgehen damit ich die gleich mit nach unten verlegen kann ja da oben gehen sie zum kryolyt und zum bauxit so dann haben wir hier rechts ist dann quasi das Ölfeld da unten drin dann ziehe ich mir das jetzt hier einfach durch oder ja war geil muss sein das ist jetzt Gott sei Dank nicht allzu weit das bekommen wir hin das ist zweimal sprung das macht wenig Sinn habe ich das Gefühl das gute ist dann haben wir da unten auch gleich mehr oder weniger das Eisen angeschlossen so komme ich da jetzt einmal drüber war das so das passt bitte 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 ja perfekt dann hätten wir das auch schon unten ist es nämlich schon ich hoffe dass wir jetzt nicht das komplette Öl unten brauchen und unten ist gleich ziemlich viel Öl das wäre jetzt dumm von mir ich mache an die Kante noch ran aber ich glaube so dass wir zahlen vor allem noch Petrol Koks müssen wir mal schauen wie wir das machen na komm her ja ich schon noch ein Stück shit naja hilft nix müssen wir jetzt durch ich kann gleich mal noch Pabel mitnehmen aber wenn wir das jetzt unten einmal angeschlossen haben dann passt das dann setze ich da ein Teleporter und dann sind alle glücklich ja obwohl so weit ist es nicht mehr das ist da unten direkt ja jetzt ist natürlich die Frage macht man sollte man das mit foundations verlegen dann ist es ordentlich aber das ist am Ende des Tages plus Stromleitungen was mir gerade auffällt ich ne ich habe bloß die normalen ich glaube es gibt die auch für das Netzwerk Kabel kann das sein die habe ich aber noch nicht müsste ich mal freischalten das ist auch so ein ekelgebiet hier aber bei mir ich habe ich habe es schon mal gesagt die Spinnen habe ich ausgeschaltet die brauche ich wirklich nicht die müssen wir bloß ganz am Ende wieder anschalten sonst schaffe ich dir eine Forschung nicht da brauchen wir ja diese komischen Spinnenteile wir wollen ja alles geforscht haben also da hinten ist irgendwo das Öl ich scann das mal oder vielleicht sogar da drin schon hier irgendwo müsste das sein das sind gar nicht so wenig Quellen sechs Stück kann das sein? wow ja und wenn wir das im... ich befürchte dass wir jetzt hier das ganze Öl brauchen wahrscheinlich dann haben wir nicht mehr allzu viel es gibt noch zwei, drei Quellen dann hat hier halt den Stangen soll die unten boxe ich mal fix weg die kann man glaube ich auch gar nicht weg sprengen oder? ne ne warum auch immer neklaffte Viecher ich habe gar nichts mehr zum futtern doch wir nehmen mal die Kettenzecke die brauche ich hier nicht mehr so oft eigentlich gar nicht mehr hier ist ein Computer nehme ich mit schrauben sehr gut sehr gut hier ist eigentlich eine Abfallstelle kann ich eigentlich gleich aufmachen oder? hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht was ist hier? Stahlbeton unterwegs aber die sieht schon aber komisch aus ne? hm also dann würde ich sagen wir gucken jetzt mal nochmal das wird die unrein normal wir müssen mal gucken wir werden wahrscheinlich eh mehr brauchen so sollte was essen ich freue mich direkt die camp so hinter halt man kann sich auch anschleichen aber ich weiß nicht ob das bei denen funktioniert so scheiße scheiße das wird zum gleichen gleichenteil angeschossen naja wegen also wir haben hier das öl unrein das wäre jetzt eine Action das erstmal alles anzuschließen so wir richten das aus wunderbar dass wir erstmal so eine Art Grundplattform haben damit ich auch grundsätzlich mal weiß wieviel ich brauche Produktion Öl wo ist er? was ich den Öl oder suche geht auf keine Kuhhaut manchmal da unten ist ja die Ölpumpe meine ich dann kommt das Netzwerkkabel hier gleich mal mit drauf dann ist das schon mal hier BÄM so wir bekommen jetzt aus einer unreinen Quelle komplett übertaktet warum werden wir die hier nicht angezeigt? jedes Mal das gleiche ich darf sie immer wieder suchen hier 75 kb das ist halt gigawenig so also wir brauchen dieses Kap Karbon ich guck lieber nochmal nach also Moment was haben wir? hier Karbondioxid das ist das Entschwefeln Moment mal doch ich Karbondioxid das ist ja ein Gas jetzt bin ich verwirrt jetzt bin ich maximal verwirrt also noch mehr als sonst oh Dogo wir haben hier das ja tatsächlich ich dachte wir brauchen irgendeine Flüssigkeit aber das ist ja ein Gas äh äh okay interessant jetzt ist die Frage habe ich da schon genug oder die jetzt was kommt dabei raus wenn ich das ganze zu was kommt bei der Stromproduktion raus Karbondioxid Geomasse Heizer 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 Solution Heater das ist Treibstoff der Diesel auch dabei kommt da bei Diesel was anderes raus Diesel da okay dann müssen wir uns tatsächlich keine Gedanken machen auch wenn es 475 Quicksal über das Carbondioxid sieht Probleme ist bloß wenn ich jetzt sage wir zwicken das ab bei den Stromanlagen ich weiß nicht wenn wir 5-6 Blueprints vielleicht ein bisschen umbauen müssen dann muss aber das zu 100% laufen wenn das nicht läuft haben wir ein Problem außer welchen Abzweigung habe dann ist aber die Frage reicht es dann versteht ihr was ich meine wenn ich eine T-Kreuzung habe oder ich muss mit den Ventilen arbeiten aber die habe ich nicht irgendwie bin ich zu blöd dafür so Moment wir lassen den mal stehen dann brauchen wir 950 Pietro Cux ich schau immer runter weil da habe ich es aufgeschrieben und das mache ich mit Schwerölrückstände das wird doch nicht so kompliziert und Schwerölrückstände mach ich doch doch shit Güte do Carbon oh ich ahne Schlimmes gleich es hilft nichts wir müssen und dann hier so Öl ich muss jetzt erstmal Platz schaffen und gucken wie viel Öl ich eigentlich brauche wir fangen jetzt von hinten nach vorne an mache ich ja eigentlich immer ganz gern so Petrol Koks nochmal und zwar wird das gemacht im chemischen Reaktor oh ah ich kann Motoren brauche ich auf jeden Fall die habe ich ich gehe also ich bin ehrlich ich gehe gleich nochmal ein ganzes Stück hinter bisschen Sorgen macht man das wirklich mit dem Dioxid ich meine klar logisch haben wir das mehr als genügend dann schließen wir das ganz zum Schluss an wenn ich sicher gehe dass alles läuft dass auch das Alu geschmolzene Alu weiter kommt dass das alles dann weg ist so chemische Reaktor können wir einfach direkt so machen dann kann ich gleich ein paar bauen bin ich mir ganz sicher Petrol Koks haben wir es schon ok wir brauchen nicht viel wir brauchen nicht viel also 120 wie viel wären das 300 600 900 900 und dann brauchen wir nochmal einen mit 80 8,33 warum warum wir gucken mal vielleicht tun wir das einfach ja wir machen das so dann tue ich den Überschuss einfach vernichten kann sein dass wir hier noch ein bisschen an den zahlen spielen müssen so autosave mittlerweile bekomme ich immer fast ein Herzkastball ist mittlerweile wieder so danke das heißt wir brauchen 20 hier eingestellt 70 70 und nochmal 100 zu 170 kubik Speeröl Rückstände und die mache ich auch wieder im chemischen Reaktor hier also damit setzen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter fort glaube ich was mache ich denn damit dann ne das ist falsch 140 jetzt hauen wir die schnecken nur so raus 170 was wir dann da quatsch moment mal ich habe die falsche zahl gesehen 125 ich hole die mal weg 100 und dann gehe ich hier auf 70 genau 170 dann hätten wir 84 aber moment mal dass mir gerade auffällt das geht gar nicht ich kann das nicht so machen weil sonst bekomme ich sie auf zwei Förderbänder und bekomme ich es nicht auf zwei Förderbänder 950 also das sind 900 dann machen wir hier auch die 50 ja aber es wäre sinnvoll wenn ich jetzt auf zwei Förderbänder habe dann habe ich wieder ein Problem dann muss ich von beiden Seiten das fluten obwohl mit dem Netzwerk tauscht sich das dann mit dem Netzwerk müsste das eigentlich gehen oder ja also dann haben wir 158 158 158 wenn ich die raus sind bin ich bei 150 158 das sind auf jeden Fall 70 dann ist das hier falsch gerundet oder auch nicht oh Gott egal also wir gehen mal von 70 aus 70 und 120 sind 190 und das bekomme ich ja genau da haben wir wieder das Problem jedes Mal hier das wird wahrscheinlich falsch aus Rohöl und zwar in dem Hochofen und das Rohöl kommt jetzt ja von mehreren Seiten wahrscheinlich erstmal das war jetzt Rohölreinigung genau was hatte ich da jetzt gesagt? Mist 158 Moment mal 158 ich probiere das jetzt so ja geht es sogar mit einem so unkompliziert wie möglich zu machen vielleicht nicht effizient was den Strom angeht dann brauche ich 158 Kubik Rohöl hier guck mal vielleicht kann ich den einen Miner weg machen weil das ist glaube ich eine normale Quelle hier du kommst mal jetzt einfach durch ja das Gebäude hier kommt eh wieder weg 150 perfekt perfekt du kommst weg du kommst weg und ich lass mir das einfach mal noch kurz allerdings brauche ich halt auch wieder Sand also dann kommt jetzt erstmal hier die Pipeline dann hätten wir das schaut scheiße aus mein glaubt ich mir viel scheiße aus bei mir aber ihr wisst bescheid dann hätten wir das Öl schon mal ja das müsste es eigentlich gleich kommen da kommt es auch so dann brauchen wir jetzt noch 84 Sand 85 85 eigentlich bisschen was haben wir aber ich würde das gerne als Puffer halt auch lassen mit wenn wir ganz viel Glück haben ist schon zu weit weg ist schon zu weit weg auch zu weit weg hier ist gar nichts gut ne das machen wir nicht noch nicht noch nicht noch nicht ja dann oh Quatsch dann bräuchte ich knapp bisschen weniger als 2 ja Quaschstown egal wir nehmen das jetzt einfach das weg ist es weg und wenn dann haben wir ein Problem Sender ach ich bin so blöd ich sollte das weg erstmal umbauen oder ja wir haben ja hier drüben Platz es geht also da kommen 30 raus dann sind wir bei 60 75 also Moment mal wir haben 30 brauchen tun wir 84,267 das heißt es wären noch 54,267 54,267 das ist dann kann ich hier weg Strom es läuft doch etwas besser als ich dachte aber trotzdem nicht cool nicht cool also da kommt jetzt hier der Sender hin Netzwerkkabel habe ich noch gar nicht hergerannt das ist hier wie schon gesagt das Kabel geht jetzt durch das Gebäude durch aber das ist uns egal weil das Gebäude kommt wieder weg Kabel perfekt also Moment mal wir brauchen 109 109 60 also 169 169 252 252 haben wir noch über 259 hatte ich gesagt oder? ja ja so dann hätten wir jetzt das Gestein und das kommt auf 50 50 schloss yes jetzt wird jetzt hier einmal zusammen fusioniert und geht theoretisch hier rein also das ist ziemlich einfach aber wenn wir uns ein Gebäude haben das ist sehr sehr gut das ist auch ich schlack ja nochmal raus eins nach dem anderen so hier kommt das Öl und das muss hier rein ist egal wir haben bloß einen Slot der benutzt werden muss wunderhübsch so dann hätten wir jetzt hier schon mal keinen Strom auf das allererst den Schweröl wegschwander schauen wir jetzt mal wo das rauskommt und wir gucken auch gerne mal wo das Asphalt rauskommt ja halt hier müssen wir es ein bisschen anders machen wir müssen wir müssen 1 2 nach oben 1 2 weil hier kommt ja so mehr zwei Flüssigkeiten raus hier kommt das Hydrocarbonat ok wir machen nee wir machen erst das untere ich gehe mal davon aus dass wir das dann weiter da hinten verarbeiten mal gucken was dann da rauskommt und dann wird das hier angeschlossen und dann passt das wunderbar und das muss ja bloß hier rein mehr brauche ich nicht ganz genau dann haben wir schon unser Petrol Koks eigentlich also was heißt das was heißt haben wir schon ja es kommt jetzt mal ein bisschen was raus aber natürlich nicht dauerhaft weil die Schlacke muss noch weg und hier das andere Zeug und Strom wäre gut Fläche die habe ich auch irgendwo hier gut und jetzt müssen wir mal rausfinden wo das rauskommt wieder 50 50 Chance also also hier 150 300 450 und geht das nicht falsch ich brauche ja auch kein Splitter sondern ein Krusenator also 450 hätten wir jetzt hier schon mal dann haben wir ne Quatsch Moment mal da kommen ja immer 300 raus richtig 300 600 das geht schon mal gar nicht jetzt sind wir bei 600 jetzt sind wir bei 600 und dann haben wir hier die letztlichen 250 die wir brauchen genau dann können wir das gleich ins Netzwerk geben übrigens Leute werden das ganze oh scheiße mein Bild ist eingefroren fuck wie lange ist denn das schon eingefroren Mist so jetzt läuft es wieder meine Kamera ist eingefroren ich habe das aber relativ rechtzeitig gemerkt habe ich gesehen ich glaube zwei Minuten oder sowas hier eingefroren tut mir leid dafür aber jetzt habe ich OBS neu starten müssen jetzt geht es wieder und jetzt ziehen wir den Westen noch durch ganz genau gut schließen wir mal das Pixel Koks an jetzt hätte ich auch wieder meine wunderhübsche Masse also da haben wir jetzt relativ einfach können wir da einstellen 950 wenn ich es finde das sollte ich schnell finden weil hier sonst wird mein Netzwerk so voll gemüllt und hier stellen wir auch ein hier müsste ich es glaube ich jetzt nicht machen aber ich mache es immer lieber das ist sicher gut dann hätten wir das Petro Koks hier kommt jetzt nichts mehr raus das ist soweit so gut fertig jetzt haben wir hier das kleine Problem und zwar haben wir hier Schlacke und das Problem ist ich bekomme jetzt hier wieder Wasser raus da habe ich jetzt eigentlich so weniger Bock bin ich ehrlich muss ich aber machen oh ich verpacke es ich überlege gerade also das Problem ist ja folgendes ich muss es ja sowieso verpacken das Wasser anders geht es ja nicht ich will das auch nicht ein Netzwerk haben auf gar keinen Fall sowieso nicht wenn das sowas angeschlossen ist weil wir haben tendenziell immer ein bisschen mehr Wasser im Netzwerk dass das ausreicht nicht dass das hier voll läuft mit Wasser und dann staut sich das auf und dann geht hier nichts mehr also das Wasser muss sowieso separat weg man könnte das jetzt glaube ich auch mit Kohle abdampfen das geht aber wir haben die Kohle Energie immer noch nicht freigeschalten das ist ein bisschen fail deswegen würde ich behaupten also wir haben insgesamt 21 Kubik so wir behalten das mal es kann sein dass es jetzt ekelhaft wird also ich mache das immer ganz gern aber ich weiß dass ihr das nicht so gerne macht was mache ich denn damit jetzt ansonsten habe ich das auch weg oh das weg hauen wir aber blöd das weg hauen wir blöd vorläufig vielleicht aber hier brauche ich die Fässer das wäre sogar noch geiler eigentlich was kostet bloß Eisen also wir haben zwei Möglichkeiten wir machen aus den Hydrocarbon können wir das hier machen dann bekommen wir einmal das hier raus daraus können wir glaube ich dann Kunststoff und Gummi machen dann hätten wir Treibstoff da könnten wir dann wir machen das anders also wir machen definitiv mal den ganzen Weg wir machen das jetzt es kann aber sein dass ich den Treibstoff jetzt vielleicht noch einlager oder Zwischenlager müssen wir mal schauen wie viel rauskommt dann könnten wir gleich Strom machen also wir brauchen auf jeden Fall den ekelhaften chemischen Reaktor wieder mit seinen 100.000 Eingängen und Ausgängen eigentlich kann ich das gleich so machen oder? und das ist die Entschweflung ganz genau also da geht schon mal 60 rein wie viel haben wir insgesamt? 80 und 46 also 126 vielleicht ja perfekt ist das gut halt 100 6 20 ach nee das ist ah das geht nicht das ist kein warum kann ich das wohl eigentlich nicht einstellen ach weil mehr als 100 nicht geht deswegen ach das ist der Output ja den will ich ja nicht machen wir mal 200 warum ja 126 geil 126 126,4 10 110,3 nee 1,7 vielleicht jetzt also dann hätten wir das so an sich schon mal weiter probiere das natürlich jetzt alles mit so wenig wie möglich gebäuden zu machen ist klar übrigens den treibstoff den wir dann hier raus bekommen und das dann insgesamt 42 das ist nicht viel gott sei dank also was heißt gott sei dank ihr wisst bescheid den treibstoff das würde ich gleich hier machen hier dann verbrennen weil wenn ich das ins netzwerk gebe dann könnte es eventuell probleme geben mit dem treibstoff hinten im ölfeld weil da läuft ja auch sehr viel übers netzwerk gut dann haben wir jetzt einmal es ist gott sei dank jeweils bloß ein ausgang da geht das das kommt von abonat was mache ich denn damit also dann verpacken wir die schlacke würde ich sagen genau hier aber ohne jetzt oxygen wir machen das ganze mal stammt rezept ganz einfach theoretisch wie viel kommt da raus da werde ich mit einem nicht weit kommen aber mit 2 62,5 ich hau jetzt die schnecken nur so raus aber ist egal wir haben sie ja dafür haben wir es ja gemacht 62,5 mal 2 ist 125 62,5 mal 2 ist 125 überall mindestens mal eine schnecke raus tun wir sind jetzt bei 50 100 126,4 waren es brauche ich doch wieder eine schnecke 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 ich will das da oben in streiten kann das wäre das allerbeste um 206,5 126,4 Das ist sehr knapp, aber nicht so schlimm. Ich mach das einfach weg. Das muss ich wieder aufpassen. In jedem zweiten Eingang. Ja, es sind plus drei Gebäude, da geht das. Perfekt. Dann würde es da jetzt hier loslaufen. Theoretisch, hier haben wir jetzt das Problem. Dann machen wir das einmal so. Jetzt kommt der raus. Schwefel, okay. Das kann man auch gebrauchen. Rausgerahmen, die hab ich. So, Netzwerkkabel. Hier. Jetzt fehlen mir die Kabel wieder. Wie viel sind das? 242. Dann sind wir bei 796 wieder. Das ist gut, das ist sehr gut. Autosave, bitte. Ja, 796. Vernichten, weil das brauchen wir dann auch immer für Oxygen und so Zeug. Und Schwefel kommt raus. 126. Das war wichtig, da haben wir viel gebraucht. Sind wir bei 338. Vernichten, bam. Ups. eingestellt? Ja. Gut. Also ich bin, also ich wusste, dass das total wird, jetzt mit dem Öl alles. Weil das ist jetzt so schnell gegangen ist, finde ich gut. Wir werden jetzt beim nächsten Mal noch das ganze Zeug hier raus sortiert. Das ist auch übrigens ein guter Nebeneffekt, dass wir Grünstoff und Gummi bekommen. Wir werden das raus sortieren und einlagern. Und hier verpacken wir einfach die Schlacke und vernichten. Jetzt ist die Frage, eventuell unter Umständen, aber ich glaube nicht mehr. Doch, wir haben sogar noch leere Kanister da. Dann nehme ich gleich die. Dann nehme ich die, dann verpacken wir das. Ich muss jetzt bloß mal gucken. Bauplan. Ja, da fehlt mir natürlich jetzt massiv viel. Das ist klar. Das muss ich dann holen. Da muss ich doch mal schauen. Dann machen wir die ganze Stromproduktion hier so hin. Da muss ich mal schauen, wie viel Anlage ich brauche. Ich glaube, das war beim... Bin mir nicht mehr ganz sicher. Entweder waren es beim Treibstoff 6 Kubik pro Anlage. Und beim Diesel 10 Kubik oder andersrum. Das finde ich aber raus. Das ist nicht so schlimm. Was wir noch hinstellen könnten. Adapter, die habe ich eingelagert, oder? Bitte, bitte, bitte. Ich glaube schon. Ja. Dann haben wir jetzt hier auch schon mal einen Teleport dran. Komme ich da auch immer schnell zurück. Also es ist tatsächlich besser gelaufen, als ich erwartet hätte. Gut, wir haben jetzt sehr viel Schnecken verballert. Ja, also wenn... Was wir hier jetzt, wo ich bloß ein Gebäude brauche, macht das halt extrem viel einfacher. Weil ich hier dann nicht mit den ganzen Pipelines irgendwie kreuz und quer drüber muss. Und genauso wie hier, komplett übertaktet, einfach mit einer rein und dann irgendwie raus. Das geht schon. Und dann müssen wir noch gucken. Also der Treibstoff, der kommt hier raus. Dann passt das eigentlich. Das bekommen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall hin. Bisschen Angst habe ich noch mit dem Gas, was wir brauchen. Aber gut. Auch das schaffen wir. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.